Neuer Tag, neuer Fall Guys Shop und zwar von Season 2. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Stufe ihr seid. Ich bin schon Stufe 8. So, ich mache natürlich jetzt alles hier raus. So, Gesicht machen wir mal normal. Ober- und Unterteil einmal weg. Ausgezogen. So, und dann gehen wir mal rüber zum Shop. Mal gucken, was es da schön ist. Gibt's. So, ich glaube, oben bleibt gleich. Bin ich mal gespannt. Das habe ich mir geholt, Boxen. Fand ich aber mega geil. Holy Room DLC Store. Ob da was Neues ist, müssen wir auch mal gucken. So, komm, 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 komm. Ja, wie gesagt, Herzogin und die andere, ja, weil ich das schon habe. Steht da bald erhältlich. Äh, Kettenhemd. Jo, unten hat sich natürlich geändert. Spitzname, Pilzkopf. Okay, wird grün, so. 1700, könnten wir ihn kaufen. Selten, umgehauen, Jubel. Schade, das zeigen wir nicht. Episch, Sammler. Sammler? Okay, 7000. Und rosige Wangen, Gesicht, Ferdi, Unterteil und Affe, Oberteil für eine Krone. Jo, das war's. Ich sag, ciao, ciao.